Euphemia von Adlersfeld-Ballestrem, Javahir Max Westermann träumte in der Nacht, dass er im Himmel wäre. Er hatte, als er sein Zimmer aufsuchte, nachdem die inzwischen heimgekehrte Frau von Triberg noch in sein Glück eingeweiht worden war, eigentlich das Gedicht zum Donauwellenwalzer unter Hinzufügung einer vierten himmelhoch jauchzenden Strophe niederschreiben wollen. Aber er war dann doch zu erregt und glücklich gewesen, vielleicht auch zu müde, denn er schlief gleich ein, als er den Versuch des Dichtens für heute wieder einmal aufgegeben hatte. Und der Morgen war dann so sonnig und so warm, es wäre schade gewesen, sich dabei an den Schreibtisch zu setzen. Lieber einen Spaziergang machen, ehe die Pflicht ihn zum Rapport in die Gesandtschaft rief. Dass er wieder sein eigener Diener sein musste, verdarb ihm die frohe Stimmung nicht einen Moment, auch nicht die Entdeckung der erstaunlichen Staubschicht auf seinen Möbeln. Ja, er musste sogar darüber lächeln, dass der Posaunenengel es mit seinen Extrapflichten des Aufräumens bei ihm noch entschieden leichter nahm, als selbst die Signora Marzio in ihrer echt italienischen Genialität in solchen Dingen. Lavecki würde schon Ordnung schaffen, wenn er wieder gesund war. Den Donauwellenwalzer pfeifend, bürstete sich Westermann selbst seinen Hut ab und als er noch also nützlich beschäftigt war, klopfte es an seine Tür und auf sein Herein erschien Herr Windmüller, aber nicht in der Maske des Jean, sondern sozusagen in seine eigenen, in zivil. Das Erscheinen des Detektivs riss den armen Westermann aus allen seinen Himmeln und beförderte ihn mit rücksichtslosem Ruck zurück in dieses Tal der Tränen, denn die verflixte Geschichte, der er die Bekanntschaft dieses eminenten Mannes verdankte, war total seinem Gedächtnis entfallen gewesen. »Guten Morgen, Herr Graf. Schönes Wetter heute«, sagte Herr Windmüller, die Tür hinter sich schließend. »Ich sehe, Sie wollen ausgehen, und ich will Sie auch nicht lange aufhalten, vor allem aber meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrer Verlobung.« »Danke vielmals, aber woher wissen Sie? Es ist mein Metier, manches zu wissen«, entgegnete Herr Windmüller, sich auf den Lehnstuhl neben dem Tische setzend, auf den Westermann deutete. »Manchmal weiß ich sogar zu viel, aber die Besten unter uns sind dem Irrtum unterworfen, und es wäre törig, das nicht einzugestehen.« »So war es ein Irrtum, den Verdacht, ihren Brief eskamotiert zu haben, auf die Fürstin Woschgorod zu werfen.« »Herr Windmüller, Herr Graf, dass die Fürstin ihr Herz gewonnen, konnte für mich kein Gegenbeweis sein. Das war in Anbetracht der Persönlichkeit zu natürlich, um nicht von vornherein als sicher zu gelten. Dass ich auf falscher Fährte war, ist am Ende auch natürlich, eben weil der Irrtum menschlich ist. Aber eigentlich durfte das erneut so altem Fachmann wie mir nicht passieren. Indes, der Verdacht war einmal da und wurde mir so schön bestätigt durch telegrafisch eingezogene Informationen. Herr Graf, es ist ein Glück für die Fürstin Woschgorod, dass sie hoffentlich bald einen Namen ablegen wird, der durch eine andere Trägerin desselben zu einer traurigen Berühmtheit gelangt ist und zu den verhängnisvollsten Verwechslungen Anlass bietet, weil auch das übliche flüchtige Signal Mont Haare blond, besondere Kennzeichen keine, in Übereinstimmung ist und deshalb auch ihren ergebendsten Diener Franz Xaver Windmüller auf den Holzweg geführt hat. Max Westermann bekämpfte heroisch die Neigung, seinem Verdruss Ausdruck zu geben, weil sein Gewissen auch ihm einen Moment des Zweifels vorwarf. Dass der vermisste Brief sich eventuell, bitte, Herr Graf, ich sage nur eventuell, nicht mehr unter den Effekten der Fürstin vorfinden würde, als ich Gelegenheit nahm, einen Blick darauf zu werfen, das war mir natürlich klar. Sie wollen doch damit nicht sagen, dass Sie die Effekten meiner Braut durchsucht haben, unterbrach ihn Westermann aufspringend vor Erregung. Herr Windmüller sah ihn kopfschüttelnd an. Herr Graf, sagte er sanft, Ihre Auffassung von dem Wesen und den Pflichten eines Detektivs kann keine so elementare sein, um den Glauben zu rechtfertigen, dass ich das unterlassen hätte, mit einem chiffrierten Telegramm in der Tasche, dass die Fürstin Woschgorod, eine der gefährlichsten und gewandtesten politischen Agentinnen, auf dem Wege nach Rom oder schon dort eingetroffen, sei. Ich hätte diese Vorsichtsmaßregel auch ohne das Telegramm meines Gewehrsmannes ergriffen, weil der Verdacht erstens zu stark gegen sie war und weil ich ebenso wenig wie sie wusste, dass es noch eine zweite Fürstin Woschgorod gibt. Als ich überdies den Blick in ihre Effekten warf, war die Fürstin noch nicht ihre Braut, denn sie waren eben erst auf dem Wege nach Fraskati. Und dann, nicht wahr, zur Klärung ihrer Angelegenheit, war ich doch von ihnen beauftragt, wenn mir recht ist? Das wäre ein spaßiger Detektiv, der von vornherein Bonafide so und so viele Personen aus seinem Kalkül ausschlösser. Westermann setzte sich resigniert. Sie sind ja gewiss in Ihrem Rechte, sagte er, nur sehen Sie, ist es so schrecklich peinlich für mich. Natürlich, ich verstehe das, fiel Herr Windmüller ein. Man ist neben seinem Berufe doch auch noch Mensch und Gentleman. Einen Vorwurf können Sie mir aus meinem Vorgehen nicht machen, ebenso wenig, dass ich Sie in Ihrem und im Interesse der Sache unter Exzellenz von Grünholz gütiger Mitwirkung auf 24 Stunden aus Rom entfernte, weil Ihre Anwesenheit nach den Ereignissen in Fraskati nur hindernd für unsere Aktionen gewesen wäre. 24 Stunden, wiederholte Westermann empört, 48 Stunden war ich fort, auf der moralischen Folterbank. Sehr richtig, aber als das Rückberufungstelegramm an Sie abging, war die Identität der beiden Fürstinnen Woschgorod schon festgestellt. Ich darf also korrektermaßen nur von 24 Stunden sprechen, in denen Ihre Abwesenheit erwünscht war. Ihre Information durch Herrn Günther hätte erübrigt werden können und mithin auch die hochnotpeinliche Folterfrage, deren Anwendung niemand besser mit Ihnen fühlen kann als ich, menschlich gesprochen, aber wir dachten, dass eine Aufklärung fern von der betroffenen Person weiser wäre. Nun, auf Regen folgt Sonnenschein und wir alle wissen ja, wie fruchtbringend und reifend oft der Regen wirkt, auch auf das Menschenherz. Er vertieft den gelegten Keim und festigt ihn. Verzeihen Sie diese philosophische Abschweifung, das Wesentliche bleibt für uns, auch nach der Ausschaltung Ihrer Fürstenbraut aus der Berechnung, die Ermittlung des Ihnen abhandengekommenen Briefes. Meines Erachtens steht dem die andere Fürstin Woschgorod nicht fern, und zwar dürfte sie sich dazu eines Unteragenten bedient haben, der wiederum hier im Hause zu suchen ist, oder doch wenigstens die dritte Hand dazu. Ja, zum Kuckuck, Wer in aller Welt unter dem Verdacht stand natürlich vom Concierge ab die ganze Dienerschaft bis zu der hessischen Gans im Dienste ihrer Schwester. Mein Vorschlag der Partie nach Frascati scheint wirklich ein ungemein glücklicher gewesen zu sein. Ich bin nachträglich ganz stolz darauf. Das erste ideale Resultat meiner Praxis nebenbei gesagt. »Meine Theorie ist...« »Was wollen Sie denn?« unterbrach ihn Westermann nach der Tür sehend, in deren Spalte das rote Gesicht Katis erschienen war. »Ich habe geglaubt, der Herr Leibnam ist ausgange,« grinste sie. »Das ist keine Antwort. Ich frage, was Sie hier wollen,« rief Westermann mit Herrn Windmüller einen Blick wechselnd. »Ich wollte als bloß die Tischdecke hole.« »Der Frau meinte, sie müsse alsmal gepatscht werde,« erklärte die Hessin strahlend. »So? Na, es ist nur gut, dass meine Schwester Ideen hat, auf die Sie evident keinen Wert legen,« meinte Westermann trocken, indem er mit dem Zeigefinger über die Tischdecke fuhr und durch diese Prozedur einen sehr sichtbaren Strich auf dem dunklen Stoff hervorbrachte. »Also nehmen Sie das Zeug und machen Sie, dass Sie damit fortkommen.« Der Posaunenengel quetschte sich durch den Türspalt ins Zimmer und knickste vor Herrn Windmüller, ahnungslos, dass sie damit dem von ihr stark beanstandeten Jean eine unbeabsichtigte Ehre erwies, der Sie schmunzelnd betrachtete. Rot vor Verlegenheit begann sie den schönen, feilchengestickten, grauen Atlas-Tischschläufer zusammenzufalten und, als sie ihn von der Tischdecke abnahm, enthüllte sie den Blicken der Herren einen darunterliegenden Briefumschlag, auf den Westermann nur einen Blick warf, um sich wie ein Habicht darauf zu stürzen, ihn zu ergreifen und damit herumfuchtelnd mit Stentor Stimme zu rufen, »Der Brief, der Brief, das ist ja mein Brief!« »Welcher Brief?« »Doch nicht der!« sagte Herr Windmüller seinerseits aufspringend. »Ja, der Brief, der Verlorene!« schrie Westermann erregt und kleinlaut setzte er hinzu, »ich muss ihn geradezu mit dem Haarbusch selbst unter den Läufer gefegt haben und ich Esel bin nicht darauf gekommen, darunter nachzusehen.« »Aber!« schrie er den Darob ordentlich einen Satz nach rückwärts machenden Posaunenengel an, »Aber! Wenn Sie ordentlich aufgeräumt hätten, alle Tage, wie es Ihre verfluchte Pflicht und Schuldigkeit war, dann wäre der ganze Katzenjammer nicht möglich gewesen, Sie, olle Dreckfinke, Sie!« Erschrocken raffte der Posaunenengel die Tischdecke zusammen und verschwand damit schleunigst. Als sie hinaus war, warf Herr Windmüller sich in seinen Sessel zurück und lachte, dass ihm die Tränen über das Gesicht liefen. »Das ist ja zum Begraben!« stöhnte er. »Ist mir auch in meiner Praxis noch nicht vorgekommen.« »Da sieht man wieder einmal,« fügte er sich die Augen wischend hinzu, »dass Goethe recht hatte, wenn er sagt, das Gute liegt so nah.« »Aber das Epiteton Ornans, das Sie, Herr Graf, sich eben gaben, kommt mir viel besser zu. »Na, dies Ruhmesblatt in meinem Lorbeerkranz werde ich mir in einem besonderen Futteral aufheben und meine Theorien einer Revision unterziehen.« Ihnen aber gratuliere ich zu diesem Aktschluss der neuen Komödie »Viel Lärm um nichts«.« Westermanns Gedicht zum Donauwellenwalzer blieb ungeschrieben. Wenn er aber diese schöne, zu seiner Lieblingsmelodie erkorene Weise sang, dann legte er ihr als Text nur ein Wort unter. »Jawahir«. Ende